So, hallo, wir machen weiter bei, wo läuft denn jetzt hier, okay, da hat einer getanzt oder so, ähm, Fortnite, und wir sind, äh, im Schlachtbus, ah, das ist perfekt, wir gehen zum Kugler, wir waren die Kugler-Mission zu Ende, das ist optimal, das ist sehr gut, ah, ich muss Busfahrer, ich, ah, ich hab mich nicht beim Busfahrer bedankt, schade, hab ich verpasst. Ich glaub, das geht über B, bin mir aber nicht sicher, ähm, ja, und, 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 genau, wir gucken mal, jetzt machen wir erstmal die Kugler-Mission zu Ende, das sollte kein Problem sein, bis darüber zu kommen, jetzt bin ich ein bisschen zu bald runter, ehrlich gesagt, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin, weil mal da jemand ist, ach, das ist jetzt schlecht. Das war, oh, ich bin aber auf eine Waffe gefallen, das ist wiederum gut, aber ich glaub, ich hau einfach gleich ab, ich glaub, ich hau einfach gleich ab, hab hier keine Lust, mich länger jetzt mit denen zu beschäftigen, weil ich wollte eigentlich zu Kuglern, ein bisschen rumkugeln, so, ähm, okay, aber wir müssen uns ein bisschen ausrüsten trotzdem, weil damit das alles klappt, brauchen wir Ausrüstung, also das ist natürlich klar, ohne Ausrüstung geht hier gar nichts. So, da ist noch eine irgendwo. Seit wann finde ich, ich fühle jetzt zum zweiten Mal schon solche Aufrüstungsbanken, ich hab die bisher noch nie gefunden, vorher, ist auch interessant. Okay, hier wird so ein Reifen, aber will ich so eine Mission jetzt machen mit dem Bauen? Ist das sinnvoll gerade? Lass mich mal kurz gucken. Das ist ja dieses Modifiziere, einen Whiplash. Naja, theoretisch könnten wir in die Richtung kommen. Mit Geländereifen und einem Kuhfänger, aber dann brauch ich noch den Kuhfänger, nicht nur der Reifen, sondern auch den Kuhfänger. Aber, komm, wir ersetzen mal das Ding, wir nehmen jetzt mal einen Reifen mit, finden wir ja auch noch so einen Kuhfänger zufällig. Das wäre natürlich besonders chillig. Ah, aber perfekt, jetzt machen wir erstmal den hier. So. So, und dann den hier. So, und dann können wir die wieder mitnehmen. So, und dann nehmen wir den hier mit. Klare Sache. So, okay. Ah, ne, jetzt ist zweimal die gleiche Waffe, dass wir schwach sind. Du kannst raus, du kommst mit. Haben wir gerade Frucht zum Essen als Mission? Nee, na. Jetzt, jetzt gerade nicht. Jetzt, wo ich's mal hätte, haben wir sowas nicht als Mission, ist klar. Uh, was bist du denn? Crazy Auto. So. Schaffen wir es noch rechtzeitig? In der Minute haben wir noch, ja, wir schaffen's auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Egal, kein Problem. Hier ist ja schon die Achterbahn, also muss die Kugler irgendwo hier in der Nähe sein. Wo man loskugeln kann. Kann ich hier innen drin vielleicht sogar großkugeln? Sind hier dritte Kugler? Aber sind das Gegner oder NPCs? Das ist ja wild hier. In der Wave Cave selber war ich noch nie drin. Gemeinsam wahren wir den Frieden. Okay. Ist vor allem super chillig, wenn hier keiner drin ist. Aber das wird sich, kann sich natürlich schnell ändern. Ja, vor allem, jetzt haben wir das Problem. Ach, Mist. Ich schätze, ich sollte nicht hier sein. Ja, ich glaub, das ist nicht so gut, hier zu sein. Ich komm, wir tanzen mal an dem Ort, dass wir das auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber ich brauch jetzt einen Kugler. Ich muss hier erstmal mal wieder rausfahren. Erstmal wieder. Nein, das wollte ich nicht. Erstmal wieder hier rausfahren. Komm ich hier rückwärts raus. Ja, ja. Ja, so einigermaßen. Ja, so einigermaßen funktioniert das. Ich weiß, da oben irgendwo, irgendwo ist so ein Haus, wo man so einen Kugler bekommt. Aber wo komm ich da? Doch, da oben. Da oben sind Kugler, genau. Ich steig hier aus, dann lauf ich hin. Da sind wir gleich. Hier ist ein Kugler, das weiß ich. Genau, da haben wir einen. Perfekt. Okay. Nein, 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 nein. Ich will nicht da rein. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ah, dämlich, komm ich da raus. Jetzt. Oha. Los da. Okay, wir sind raus. Und dann in die Richtung. So, dann haben wir die Kugler auch gleich weg. 10633. Setzt sich gerade zusammen. Gar kein Problem. Und dann sind wir auch schon in der Zone. Auch das ist sehr gut. Jetzt wäre es nur schlecht, auf einen zu treffen, auf einen Typen. So, und hier irgendwo soll ich tanzen. Wohnwagen war nach Heil. Bei dem abgestürzten Frack. Wo ist dieses abgestürzte Frack? Hier. Jetzt abgestürztes Luftschiff. Da stand es gerade. Okay, dann setze ich mich jetzt mal hier an den Rand mit meinem Kugler. Und tanze hier eine Runde. Ähm. Zählt das? Ja, tanze bei verschiedenen abgestürften Luftsch. Da war es gerade eins von drei. Okay, nice. Ich hätte sonst nie den Tanz-Emote benutzt in Fortnite. Aber hey. Besondere. Besondere Umstände. Ihr versteht. Okay, wo können wir noch tanzen? Hier unten könnte man noch tanzen. Ja. Aber sollten wir... Wait. Bei Tilted Towers war doch auch irgendwas. Durchsuche Truhen bei Tilted Towers. Okay. Komm, wir gehen nach Tilted Towers und machen Truhen. Vier Stück noch. Haben wir den Kugler eigentlich jetzt schon vollständig? Ja, weil da taucht... Ist jetzt ein anderes Verfolgungsding aufgetaucht. Dann ist der Kugler vollständig. Truhen. Oh mein Gott. Drei Millionen Truhen. Hä? Ich höre drei Millionen Truhen, aber ich sehe keine einzige. Okay, Nummer eins. Nice. Ist die am... Ist die unter uns? Hier? Nee. Über mir. Yes. Ach, die habe ich jetzt kaputt gemacht. Dann zählt es nicht, ne? Ich glaube, so zählt es nicht. Ich muss die öffnen und nicht kaputt machen. Da höre ich noch eine. Muss hinter der Wand sein. Ach, jene hier oben wahrscheinlich. Hier ist sie drin. Ah, okay. Verstanden. So, geöffnet. Ach, hier wäre das gewesen. Okay. Verstanden, wo das gewesen wäre. So, googeln. Finden wir noch zwei Truhen auf schnell? Yes. Fett ist da drin. Vier von fünf. Eine noch. Eine Truhe noch finden, ohne drauf zu gehen. Oh, da ist so ein Ding zum Autobauen. Okay, das wäre jetzt die nächste Frage. Komme ich da noch hin? Das ist genau hier nämlich. Aber, okay. Da wäre vielleicht dann der hier besser. Setz den mal hier hin. Okay, das wäre cool, wenn wir das mit dem Bauen schaffen würden. Oh. Vorher. Gebäude in Brand setzen. Sehr schön. So, eine Truhe noch finden. Shit. Shit, jetzt sind wir natürlich Gegner. Okay, ich mische mich ein. Nice. Wie warst du denn alles dabei? Und crazy stuff. Aber hier sind es keine Truhen mehr, ne? Ne, und die Zone ist da. Ja, scheiße. Da ist noch eine Truhe. Perfekt. Das ist meine fünf von fünf. Nice. Nicht so nice. Kriege ich mein Auto nochmal schnell? Okay, ich muss zu meinem Auto zurück. Sonst komme ich hier nicht raus. Das ist doch da draußen irgendwo gewesen. Ach, Auto. Ich habe einen Kugler. Ups. Geiles Auto. Aber hey. gooo. Okay, und da rüber. Wenn wir das jetzt schaffen würden mit dem, mit dem Fahrzeug, das wäre übertrieben cool. Das wäre übertrieben cool. Lass mich in Ruhe. Ich habe noch nie so ein Auto zusammengebaut. Okay, hier ist eine Tankstelle. Das ist wahrscheinlich genau der richtige Ort. Okay, wo ist jetzt dieses Ding, was ich modifizieren soll? Was soll ich modifizieren? Wie hieß dieses Teil? Ist es das da? So einen großen... Ich muss es nochmal lesen. Versteck mich mal kurz hier. Ich hoffe, ich bin hier safe. Den Moment. Modifiziere einen Whiplash mit Geländereif und einem Kuhfeng und zerstöre dann damit Gebäude. Fünf... Ah, ich muss auch noch Gebäude zerstören. Nicht nur bauen, sondern auch noch zerstören. Bist du ein Whiplash? Kann ich aber auch noch nichts modifizieren. Fahren. Geht irgendwo, was das ist? Wo soll ich wissen, was ein Whiplash ist? Bist du ein Whiplash? Hat ja gut funktioniert. Ähm. Hallo, kriege ich das wieder? Hallo, kriege ich mein Whiplash wieder? Äh, mein Whiplash sage ich schon mal. Hey! Okay, nee, das ist auch nicht, was ich wollte. Na gut, ich habe zum Glück noch eins. Aber wo setze ich... Wie setze ich das jetzt an? Geht das hier? Yo! Ein Geländereifen? Okay. Und zerstöre damit Gebäude. Ist das, was ich tun soll? Scheinbar nicht. Das ist scheinbar kein Whiplash. Ja, schade. Ich weiß halt nicht, was ein Whiplash ist. Aber das ist ja... Das ist ja krass. Damit kann man ja wirklich alles dem Erdruck gleich machen. Holy shit. Ja, aber das ist halt leider kein Whiplash. Aber verstanden. Verstanden, wie es gedacht ist. Ich habe verstanden, wie es gedacht ist. Okay. Die nehmen wir hier an einer anderen Frucht. Kann grad nicht weiter aufnehmen. Okay. Chillig. Yo! Jetzt wachsen da noch krassere Dinger. Yo! Oh mein Gott! Schade. Schade. Okay, okay, egal. Ähm. Das mit dem Whiplash... Ich weiß jetzt, wie man Autos modifiziert. So, das ist schon mal gut. Wir haben das mit den Truhen geschafft. Wir haben den Kugler geschafft. Wir haben viel geschafft. Wir haben viel geschafft. Aber... Ach ja, des Tannis haben wir auch den ersten Schritt gemacht. Genau. Aber den Whiplash haben wir... Woher erfahre ich... Woher weiß ich denn, was ein Whiplash ist? Wie kriege ich raus, wie ein Whiplash aussieht, dass ich das nächste Mal das richtige Auto modifiziere? Oder war der vielleicht einfach schon nicht mehr da? Was ist ein Whiplash? Kann ich das irgendwo sehen? Weil ich... Ich konnte halt mir anzeigen lassen, wo dieses Ding ist. Das war es offenbar nicht. Mit einem Kugler... Aber wir haben es richtig gemacht. Also wir wissen jetzt, wie es geht. Nur der Punkt ist... Wo waren wir? Hier waren wir, ne? Also der muss schon da bei dieser Tankstelle sein. Aber scheinbar habe ich nicht den richtigen genutzt. Weiß es nicht. Was ist ein Whiplash? Naja. Einen Whiplash. Zeigt es mir halt auch nicht an. So, kann ich nichts machen. Aber ist egal. Gut, tanzen. Muss ich noch eins von drei. Also ich könnte noch da, da, da oder da. Ich habe... Ich muss noch zwei von den Vieren. Gut. Das ist dann... Kann man sich raussuchen. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall das erste ist das Tanzen. Sobald ich ausgestiegen bin, machen wir das Tanzen. Ich werde versuchen, bei einem zu landen, wo es halt praktisch ist. Ähm... Mit dem Motorboot den Nullpunkt, das geht halt nur, wenn wir da in die Nähe kommen. Aber da sind ja sowieso Boote. Also das ist dann in Ordnung. Okay. Wäre cool, wenn wir die Woche 1 Aufträge noch schaffen würden. Dann... Sehen wir uns wieder, wenn es losgeht. Jetzt hätte ich fast... Jetzt hätte ich fast die Aufnahme beendet, anstatt die Pause zu beenden. Aha, da muss ich aufpassen. Okay. So, wir starten hier. Ähm... Dann könnten wir hier das Tanzen machen. So. Busfahrer bedanken ist B. Yes, ich hab mich bedankt. Nice. Ich kann's. Eins von zehn. Busfahrer bedanken. Ähm... So, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken, wo wir genau hin müssen dafür. Tanzen. Da würde ich hin. Okay, perfekt. Ey, wenn man mit den Sachen so ein bisschen mal interagiert und sich auskennt, dann ist das echt ganz cool. Okay. Ja, das sieht wie ein obgestütztes Luftschiff aus. Definitiv. Oh mein Gott. Kann ich in der Luft schon tanzen, bevor ich abgeschossen werde gleich? Weil hier landen wahrscheinlich jetzt einige. Yikes. Okay, schnell tanzen. Please don't kill mich, ich will nur schnell tanzen. Dankeschön. So. Tanzen gleich abbrechen und weiter. Okay, da ist was zum Schießen. Nicht viel. Aber besser wie nix. Okay, aber viel war jetzt hier, nee, das ist ganz schlecht. Oh. Kiste. Okay, okay, okay. Wir haben eine bessere Waffe. Und da ist nochmal eine. Okay. Wir haben ein bisschen was, wir haben ein bisschen was. So. Frage 1. Wo müssen wir hin? Okay, das ist der Bereich. Das ist sehr praktisch. Dann könnten wir nämlich den Nullpunkt machen. Sollen wir den Nullpunkt angehen? Wir suchen den Nullpunkt mit dem Motorboot. Einfach mal hier drüber fahren. Ich glaube, das ist sinnvoll. Und wenn wir wieder die Möglichkeit hätten, könnten wir auch den Q-Plash, den Wip-Plash probieren. Ja, komm. Wir machen mal den Nullpunkt. Und so, hier, zack. Genau. Du kommst mal her. Oh. Oh, damn. Ich habe gar nicht gesehen, dass da einer drauf ist. Was ist denn mit dir? Hallo? Der hat scheinbar gar nichts. Okay. So. Ich wollte dich nicht anschießen. Es tut mir leid. Äh. Zur Entschuldigung darfst du mich jetzt reiten. Oder so. Äh, andern. Reite ich dich jetzt. Sind wir in der Nähe von unserem Baum eigentlich? Das kommt mir hier so bekannt vor. Haben wir hier oben nicht unseren Baum gepflanzt? Oh, ja. Aber der ist weg. Unser Baum ist weg. Okay. Der war hier oben. Der war hier oben. Ich weiß es genau. Aber hat sich erledigt. Unser Baum war einmal ein Baum. Kann der Fisch? Macht der Schild? Nein. Wo ist die denn? Ach, da drin. Ja, natürlich. Äh. Nee, ist sie nicht. Sag mal, Leute. Bin ich blöd irgendwie? Wer macht aber Schild? Jawollo. Ach, war das die Kiste? Dieses Ding? Ah, okay. Na, komm. Wir sind hier fertig. Ich hab meine eigentliche Mission noch nicht vergessen. Nur, nur, nur kurz, nur kurz, war nur kurz abgelenkt. Aham. Hust. Oh, da ist eine Tankstelle. Kriegen wir da die Reifen? Oh, da ist ein Baum. Oh, da ist ein Baum. Okay, ich muss die eh einmal austauschen. So. Ah, die ist grün. Schlecht. Kleiner Fisch. Oh, Reifen. Okay, pass auf. So. Jetzt kann ich die Reifen mitnehmen. Brauchen wir nur noch den Kuhfänger. Frage ist, kriege ich hier noch einen Kuhfänger? Also, wenn wir schon mal hier sind, machen wir erstmal das hier. Äh, wie schnell man auf die Art und Weise episches Zeug bekommt, na? Das ist schon sick. Also, ganz im Ernst, das ist schon sehr sick. Oh! Jetzt hab ich wieder selber eins. Jetzt kann ich wieder einen Baum pflanzen. Das ist vielleicht nicht der beste Ort für einen Baum, aber hey. Okay, ist egal. Ist erstmal wurscht. So. Oh, die DMR, die nehmen wir mit. Nice. Das ist die da genau. Natürlich die andere lila Waffe. So, perfekt. Okay. Wieso sind die legendär jetzt schon was? Was geht denn hier ab? Ich hab doch... Setzt es den Baum fort, den man schon mal gepflanzt hat? Das wär ja verrückt. Ja, geil. Jetzt haben wir Realitätssahnkorn auf. Ja. Ach so, ist das... Ist das dann der gleiche Baum, den ich sozusagen schon mal angefangen hab? Wahrscheinlich irgendwie so. Ich hätt schon gern meine... meine Dings wieder. So. Die... Oh, mhm. Na, wir bleiben bei den Epischraums. Ah, das ist ja crazy. Ach so, und jetzt wachst... Jetzt dauert es das Nachwachsen. Okay, und das Sammler Realitätssahnkorn auf sind einfach diese Dinger. Oh, shit, mein... Fuck my life. Das ist keine Chance gegen meine Waffen. Bin zwar ein bisschen in... Oh mein Gott, man kann reiten, während man trinkt. Oh mein Gott, man kann reiten, während man trinkt. Ey, das wird immer sicker hier. Ey, das wird immer kranker. Great. Oh, shit, ja, jetzt hab ich... Jetzt hab ich aber... Ja, jetzt hab ich das versaut. Egal. Egal. Trinkt das was grad? Oh, aber wenn jetzt noch eins schnell wachsen würde... Oh, es wächst nicht schnell genug, glaub ich. Aber wenn es schnell wachsen würde, könnte ich wahrscheinlich noch so ein Saatkorn aufheben. Wäre das jetzt eigentlich frech, den kaputt zu machen? Ich mein, meiner war auch kaputt. Aber irgendwie fühlt sich das schlecht an. Egal. Ähm. Ich glaub, ich denk schon wieder zu kompliziert. Ich glaub, wir lassen es mit dem Reifen. Wir sind jetzt... Wir sind jetzt schon so weit im Game. Ich glaub, jetzt sollte ich nicht anfangen, hier in die Richtung zu gehen, sondern lieber zu schauen, dass wir was reißen. Ne? Ich glaub, das ist schlauer. Okay. Ich bleib mal... Ist da grad einer runtergekommen? Ja. Mach dich weg. Jetzt kann ich mein Schild schnell wieder aufladen. Sehr nice. Sehr nice. Okay. Ah, da kam tatsächlich grad einer. Das ist sensationell. So. Gra... Oh! Ah, leider kein Realität-Saat-Corn mit rausgekommen. Leider kein Saat-Corn mit rausgekommen. Okay. Hier warten wir... Kann ich das hier stacken? Krieg ich dann... Also hab ich dann 150? Ah, nee. Okay. Das... Nein. So rum. Oh, da drüben ist auch noch ein Baum. Hab ich gar nicht gesehen. Geste mal. Krieg ich hier noch ein Realität-Saat-Corn raus? Nein. Kein Saat-Corn. Ja! Saat-Corn. Aufheben. Mission erledigt. Sehr gut. Ja, was wollen wir denn? Mehr. Okay. Dann... Oh, das ist auch wieder... Ja, guck mal hier. Lege Distanz zurück, wenn du auf einem Wald-Wildschwinn unterwegs bist. Hab ich auch gerade gemacht. Da kommt die Zone. Dann kann ich ein bisschen jetzt hier nach oben gehen. Hoppala. Bist du zu hoch? Ach, oder bist du müde? Ah, du bist müde. Okay, ja, dann ruhe dich aus. Gehen wir mal bei den Steinen mal kurz in Deckung. Und hoffen wir... Werden hoffentlich nicht gleich abgeschossen, weil ich gehe jetzt mal ganz kurz hier gucken. Ja, das kann ich vergessen. Ja, das... Das Tanzen kann ich auch vergessen. Ja, okay. Nee, dann... Dann kann ich gerade keinen weiteren wöchentlichen Auftrag machen. Ist in Ordnung. Dann versuchen wir einfach jetzt noch zu gewinnen. Dann versuchen wir einfach jetzt noch zu gewinnen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wo müssen wir eigentlich als nächstes hin? Okay, direkt beim Baum. Direkt beim Baum ist dann das Finale. Ziemlich guter Ort für ein Finale. Scheiße. Mist. Oh, ich habe dem ja kaum was abgezogen. Ei, ei, ei. Egal. Gute Runde für mich. Für mich eine gute Runde. Nice. Okay. Aber dann lasst uns gleich noch eine Runde machen. Eins machen wir noch, weil ich will keinen weiteren Part aufnehmen. Dann machen wir den letzten Tanz jetzt noch. Ja, er tanzt ja auch eine Runde. Dann machen wir den letzten Tanz jetzt noch. Und... Ja. Ach so, ich kann trotzdem pausieren und wir sehen uns gleich wieder. So, der Bus kommt gleich. Und wir sehen auch jetzt schon, wie der Bus fahren wird. Das heißt, wir können hier relativ schnell aussteigen. Ich wollte das nicht markieren. Ich will nur kurz zeigen. Hier. Da will ich hin. Das wollte ich markieren. Okay, das ist gleich da unten. Perfekt. Schusch. Da kommen wir nämlich genau hin. Ah, ich hab mich nicht bedankt. Ich hab mich nicht beim Busfahrer bedankt. Mist. Busfahrer vergessen. Egal. Gibt Schlimmeres. Oh, was ist denn dem passiert? Das sieht unwissend aus. Okay, das sind Waffen. Da ist das abgestützte Ding. Muss mich natürlich trotzdem erstmal ein bisschen ausrüsten. Ist da gerade einer reingefallen ins Wasser? Nein, ne? Sah nur so aus. Okay. Okay. Uh, nice. Okay, nicht so nice, weil ich keine Munition dafür hab. Scheiße, der wird schon geschossen. Okay, wir gehen schnell rüber zum Tanzen. Wir gehen ganz schnell zum Tanzen. Komm schon, Sackluftschiff, Sackluftschiff, Sackluftschiff. Danke. Tanzen. Okay, raus da. Oh shit. Wollte doch nur tanzen. Naja, wir haben getanzt. Wir haben getanzt. Okay. Na, dann können wir trotzdem noch eine Runde starten. Dann können wir trotzdem noch eine Runde starten. Wir sehen uns gleich wieder. So, der Bus fährt gleich los. Und wir sehen auch, der Bus fährt genau über den See. Was sehr gut ist. Weil, dann können wir da über den Nullpunkt einmal segeln. Wir können auch vorher unseren Bäumchen besuchen. Wollen wir uns gleich mal bei unserem Bäumchen ausrissen? Die Frage ist, wie viele steigen da aus? Na komm. Wir probieren's. Wir probieren's. Wir haben den gerade erst gepflanzt. Ich fürchte, ich bin hier nicht der Einzige, der hier aussteigt. Da ist mein Baum. Wie schnell sind wir an unserem Baum? Da drüben kommt auch einer runter. Da ist einer. Direkt vor mir. Äh. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Mal gucken. Oh damn. Die sind nicht. Der ist nicht bereit, der Baum. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, dann hol ich mir hier kurz Waffen. Ah, ist jetzt gar nicht so gut. Dann muss ich jetzt nämlich erst durch Tilted Towers kommen. Wie klein ist das? Achso, weil ich die schon getrunken hab. Ah, weil ich die Dings zu mir genommen habe. Ups, hätte ich jetzt gar nicht den Schild. Ja, ist egal. Wollen wir ihn brauchen? Okay. Ah, die hat grad kein Bock. Ah. War zu lange her. Oh, was fliegt denn da rum? Kann ich das nehmen? Nee, das ist nur Deko, oder? Ja, das ist nur Deko. Okay. Gut. Ja, gut. Dann muss man jetzt hier irgendwie, müssen wir jetzt hier durchkommen. Vor allem die Frage ist... Ja, okay, okay. Zonentechnisch passt es. Muss man allerdings schon wieder fast sagen, leider, weil dann die anderen auch dahin gehen. Ich dann da definitiv nicht meine Ruhe habe. Oh, das ist gut. 30 hierfür ist gut. Mehr Munition. Sehr schön. Okay. Lasst uns mal vorsichtig durch Tilted Towers uns bewegen. Sehr gut. Das ist nicht vorsichtig. Wir gehen außen rum. In die Richtung wird natürlich geschossen, weil... Ist das ein Gegner? Nein, ne? Der ist... Das ist ein... Ein PC. Ey, das ist super riskant, was ich jetzt mache. Nur weil ich zu diesem Boot will. Ja, genau. Schön an allem vorbei. Das sind Fußballspielen. Okay, Schild, Frucht. Sehr gut. Oh, nice. Meilenstein-Auftrag gesch... Ach, scheiße. Oh, okay. Jetzt nehmen wir dann statt dem mit. Okay, hier muss ich runter. Leise. Scheiße. Komm ich nicht raus. Da waren Schritte, aber die haben nichts mit mir zu tun gehabt, glaube ich. Hoffe ich. Hier, die Luft ist, glaube ich, rein. Wir sind am See. Brauchen wir nur noch ein Scheißboot. Oh mein Gott, blaue Truhe. Ah, die wurde schon gelootet. Brauchen wir nur noch ein Scheißboot. Wie kriege ich hier ein Boot? Da drüben sind Boote, ne? Hier ist ein Boot. Yes. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Wenn mich jetzt irgendeiner abschießt, ich raste aus. Oh. Da ist irgendwo der Nullpunkt. Hier ist der Nullpunkt, na? Ja, wir suchen den Nullpunkt, haben wir gemacht. Geilo. Und woher schießt denn der Typ? Ich seh den nicht, na? Da, oder was? Na ja, bin ich blind? What the heck ist passiert? Ich seh die einfach nicht. Aber ist egal. What the heck passiert hier? Okay, aber ich kann doch irgendwie auch mit meiner richtigen Waffe hier schießen, na? Warte, wie ging das denn? Genau so. Achso, und dann... Ah, ich verstehe. Dann bin ich nicht mehr auf dem Boot. Achso, bin ich doch auf dem Boot und kann normal schießen. Ich verstehe. Und so fahre ich dann wieder. Okay, I see. Ist das jetzt noch Gegner oder so? Da haben die sich gerade alle... wohlgefallen, aufgelöst. Ich habe keine Ahnung, wo noch geschossen wird. Aber wir müssen uns auch nicht bei dem See aufhalten gerade. Die Mission mit dem See haben wir ja erfüllt. Es gibt keinen Grund, hier zu bleiben. Okay. Dann... Könnte man ja den... äh... Wip-Lash nochmal probieren. Weil da ist sowieso... Aber sowieso in der Nähe. Schön viel Kohle mitnehmen. Wir haben schon tausend Goldbarren. Yo. Ist da drüben, ne? Ah, okay. Ja, zonentechnisch nicht ganz optimal, aber passt. Wollte rutschen. Yay! Rutschen, Beste. Weil man ist schnell, aber verbraucht keine Ausdauer. Okay, da ist einer. Ich habe Schritte gehört. Ich höre immer noch Schritte. Ganz leise. Der ist in dem Haus. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Das schaffen wir. Warum? Das schaffen wir. Ich habe es versaut. Ich habe es doch nicht versaut. Puh. Ich dachte, ich hätte es versaut, ey. Ich dachte echt kurz, ich hätte es versaut. So, wir sind voll. Passt. Okay, das ist... ein Bot. Warum raucht es da? Man weiß es nicht. So, vielleicht sehen wir jetzt ja mal einen Whiplash. Vielleicht haben wir auch schon einen gesehen und ich weiß es noch nicht. Kann ja natürlich alles sein. Also das ist immer bei so Tankstellen scheinbar. Aber ich weiß halt nicht, was ein Whiplash ist. Das ist das Problem. Vielleicht ist der auch normal in der Werkstatt drin und man muss hier loslegen und... Keine Ahnung. Steht halt auch nirgends dort, was man fährt, ne? Steht nirgends die... Da! Jetzt habe ich Whiplash gelesen. Das ist ein Whiplash. Da unten steht es. Whiplash. Jetzt sehe ich es. Okay, also den muss ich modifizieren. Und dann kann ich damit Gebäude zerstören. Wenn wir jetzt Reifen und Kuhfänger finden würden... Wäre ich der glücklichste Mensch in diesem Part. Aber wir werden jetzt auf Zufall garantiert keine Reifen finden. Blaue Kisten. Okay, ordentlich Kohle. Und immerhin, hey, ne epische Waffe. Nehme ich doch gerne mit. Zone kommt. Shit da vorne ist einer. Okay, wir fahren mit dem Whiplash hier raus. Bestimmt, ich könnte auch den Whiplash mitnehmen einfach. Und hoffen... Dass ich Reifen noch zusätzlich finde. Und Kuhfänger. Das geht natürlich auch. Ich kann ja mit dem Ding hier mitfahren. Und dann den Dombopark. Und wenn ich dann was passendes finde... ...mit dem zurückkommen. Hier ist leider nix. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Okay, der interessiert sich nicht für mich. Okay, und die nächste Zone ist... Oh, Sleepy Sound. Das ist eine Stadt. Fahre mal in die Stadt rein. Vielleicht finden wir tatsächlich noch Reifen. Aber hat hier jemanden... ...Tetenwerfer oder was? Was geht hier ab? Okay, ich parke mal mein Auto hier. Wir gucken mal, was wir so finden. Und ich passe natürlich auf, dass ich nicht abgeschossen werde. Kasse, wurde schon geplündert scheinbar. Wurde das hier auch schon geplündert? Nein. Schade, kein Reifen. Da kann kein Reifen rauskommen, ne? Aber ich meine... Alter, den habe ich nicht... Wann ist der aufgetaucht? Bin ich blind? Bin ich blind? Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen. Bin ich blind? War der da? Die ganze Zeit? Der war plötzlich da? Hat der sich da reingesneakt? Oder bin ich einfach komplett blind? Aber egal. Wir haben viel gelernt. Wir wissen, was ein Geflash ist. Boah, ja. Oh, der hat jetzt natürlich böse gesammelt. Oh, was ist das denn gewesen? Irgendeine Krone. Okay. Ähm. Dann leveln wir uns noch kurz hoch. Was heißt, leveln wir... Sammeln wir noch kurz ein, was wir bekommen haben. Und dann ist auch gut. Neuigkeiten. Xbox Cloud Gaming. Ja, das ist, äh... Spannend. Die Ehrungs-EP wurden verdoppelt. Komm, jetzt entspielen wir uns zu. Die Lange an Extremboost-XP. Ja, haben wir ja... Bin ja da. Ich bin ja da. Es ist Zeit, Heldet Towers aufzubauen. Entwerft und sendet eure Gebäude. Ach so. Ja, okay. Irrelevant. Gut. Hier. Zack. Level 17. Sehr schön. Bald haben wir ein Fünftel von unserer Road to 100, äh... geschafft. Also bisher fühlt sich das Level noch ganz, ganz rewarding an, muss ich sagen. Bin mal gespannt. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das alles noch gehen wird. So. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Was fehlt jetzt noch wöchentlich? Nur noch der Whiplash. Also... Wäre jetzt auch nicht das größte Drama, wenn wir den nicht mitnehmen. Aber den kriegen wir auf jeden Fall noch. Ist ja auch Woche 1 Auftrag, Woche 0 Auftrag, haben wir alles weg. Und das hier levelt sich halt dann besonders gut, ne? Hier die 43k-Dinger. Die leveln sich ja gut. Und erst in vier Tagen kommen die Woche zwei Aufträge. Also ich kann ein bisschen... Ich kann ein bisschen ruhig machen. Ich kann ein bisschen ruhig machen. Es läuft nichts davon. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.